Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Dr. Med. Heinz Lüscher bei mir und wir sprechen mal über das Thema Burnout und warum es fälschlicherweise auch immer wieder in die Schiene der Depression gesteckt wird, obwohl das eigentlich so gar nicht der Fall ist. Und welche Vitalstoffe helfen könnten, da wirklich aus diesem Kreislauf rauszukommen, das besprechen wir heute mit unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Heinz. Schön, dass du da bist. Hallo, Corinna. Ja, ich wollte mal wirklich mit dir so ein bisschen das Thema Burnout beleuchten und wie das in der Schulmedizin gehandhabt wird und was so deine Auffassung dazu ist. Also Burnout ist häufig, wird auch als Modediagnose bezeichnet. Das ist für mich keine Modediagnose, ist sehr real. Menschen, die sind plötzlich einfach fast wie tot, die mögen nicht mehr, können kaum mehr aufstehen, einfach fast über Nacht kommt ein Zusammenbruch und man ist aus der Arbeitswelt draussen. Also wirklich ein schwerwiegendes Problem für die Betroffenen. Meine Erfahrung ist, man nennt es ja Burnout, also ausgebrannt sein und Schuld, oder man gibt der Arbeit die Schuld. Und das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass Arbeit alleine Menschen in den Burnout führt. Es sind immer irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte noch dabei. Das kann am Arbeitsplatz sein, dass man gemobbt wird oder ein Vorgesetzter drückt einem oder so. Das kann sein. Häufig sind es familiäre Probleme im Hintergrund. Man arbeitet zehn Stunden intensiv und anstatt, dass man nach Hause oder in die Oase kommt, gehen die Probleme dort weiter. Das hält niemand aus. Also Arbeit ist ein Thema, aber meistens für mich an zweiter Stelle. Und die Konflikte, welche die Psyche belasten, sind im Vordergrund, die führen relativ schnell dann eben zu einer kompletten Überlastung. Betrifft Männer und Frauen, betrifft selbst Jugendliche schon, die überfordert sind von den Anforderungen der Schule. Wenn ich das sehe, Kinder, die sind in der Schule, da müssen sie einen Klavierunterricht, einen Tennis spielen, dann tanzen. Also unglaublich. Die werden von einem Termin zum anderen geschoben und sind zwölf, 13 Stunden im Druck. Da kann es passieren, dass man mit 15 schon ein Burnout bekommt. Gibt es irgendwas, ein Anzeichen oder irgendwo, wo du sagst, da kann man zumindest mal achtsam gut mit sich im Körper rausfinden? Ja, es gibt verschiedene körperliche Vorboten. Allen voran natürlich die Schlafstörungen. Man schläft nicht mehr gut, man fühlt sich nicht mehr erholt, man hat vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Es sind unspezifische körperliche Symptome, es sind dabei. Was gehört dazu? Das sind Vorboten. Und man merkt schon, man bewegt sich am Limit. Das spüren diese Leute schon über einige Monate. Dass man sagt, wenn es so weitergeht, dann kommt es noch zum Klapfen. Das sagen die Leute schon. Also ganz überraschend kommt es schon nicht, das stimmt. Ja, also man ignoriert so ein bisschen auch die Vorboten. Ja, sie werden ignoriert, aber zum Teil auch, weil man nicht aussteigen kann. Wenn du eine Arbeit hast und du bist gefordert, du musst das bringen, sonst verlierst du den Job. Ja, was willst du dann? Und die zwischenmenschlichen Probleme lassen sich auch nicht einfach so wegschieben. Also die Leute können gar nicht aussteigen. Aber wenn jemand, ich habe manchmal Patienten, die sagen, ich spüre, ich gehe auf ein Burnout zu. Kann ich es verhindern? Dann sage ich, ja, das kann man, aber es braucht eine Umstellung in den Lebensumständen. Also ohne Veränderung, ohne mehr Ruhezeiten, ohne Lösen der Konflikte, ohne das geht es nicht. Und dann wird es schon schwierig. Die Leute hoffen, ich hätte ein paar Pillen und dann könnten sie das weiter so führen. Aber das funktioniert nicht. Also wir brauchen genügend Ruhezeit. Wir brauchen einen guten Schlaf. Von den Möglichkeiten der Diagnose gibt es ja auch immer wieder, schulmedizinisch wird dann relativ schnell eine Depression oder vielleicht auch Antidepressiva oder Serotonin, Wiederaufnahmehemmer verschrieben. Macht das Sinn? Wenn Menschen im Stress, die eben unter Druck sind und merken, ich werde krank, da ist niemand depressiv. Praktisch nicht. Für mich ist das Burnout keine Depression. Es ist eine körperliche Erschöpfung. Und zwar die Nebenniere bricht zusammen. Die Nebenniere produziert keine Hormone mehr. Es geht vor allem um Cortisol und DHL. Wenn diese Hormone einfach wirklich nicht mehr produziert werden, dann ist der Körper weg. Einfach erschöpft. Geht nichts mehr. Und deswegen das Wichtigste für mich in der Therapie ist dann die Wiederherstellung der Nebenniere. Aber das braucht Zeit. Das kann ich auch nicht über Nacht. Was ich sehe, deswegen kommt das Wort Erschöpfungsdepression. Burnout betrifft ja aktive Leute. Manage, Sportler, Spitzensportler. Die dann auch noch auf dem Marathon trainieren, obwohl sie schon 80 Stunden Woche haben, so nach dem Motto. Ja, das ist typische Manage-Burnout. Die sind dann auch in der Freizeit noch, müssen sie die Besten sein. Das geht nicht. Aber ich glaube, mir würde es auch so gehen. Wenn ich einen Zusammenbruch habe, jetzt sitze ich da zu Hause, eine Woche, zwei Wochen, kann kaum aufstehen, kann kaum eine halbe Stunde spazieren. Ich will arbeiten. Ich will etwas tun im Leben. Und wenn du merkst, das geht nicht mehr, dann gibt es eine Reaktion. Und die kann depressiv ausfallen. Nicht bei allen, aber das ist häufig. Dass dann im zweiten Schritt eine Depression folgt, eben eine reaktive Depression auf diese fehlende Kraft. Ist ja auch bei Sportlern, weil als Sportler bist du ja dann so einen gewissen Serotonin-Schub, Adrenalin-Schub gewohnt und hast dann plötzlich, sagen wir mal, eine Verletzung, die dich ausnobbt, entsteht ja genau das Gleiche. Genau das Gleiche, ja. Ja, also Spitzensportler sind oft von Burnout betroffen. Einfach wegen dem Druck. Schau mal, was man mit denen macht, wenn die gewinnen. Die haben einen Interview-Marathon die halbe Nacht. Und du solltest es wieder leisten am anderen Tag. So eine Nebenniere-Regeneration, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn die sehr aufwendig ist. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Aber natürlich das Wichtigste. Schau, die Hormone müssen wieder von selbst produziert werden. Ich könnte ja Kortison geben, aber dann unterdrücke ich die Nebenniere von außen und dann geht es gar nicht mehr. Das darf man nicht. DHA kann ich ein bisschen unterstützen, aber Kortison nicht. Und die Nebenniere ist ein Organ wie jedes andere. Es braucht neue Energie, Mikronährstoffe, vielleicht IHHT-Behandlung. Das ist bei uns ein bisschen das... Habt ihr das auch IHHT? Ja, weil wir als Medici sind, in Winterthur haben wir IHHT. Was hast du da jetzt? Wenn jetzt wirklich jemand... IHHT macht ja wirklich so eine Sauerstoff-Über- und Unterversorgung. In der Stunde, oder? Was ist eine Stunde? Ja, knappe Stunde dauert deine Behandlung. Also es ist ein Abwechseln von Sauerstoffüberschuss und Mangel. Und im Mangel entspricht das einem Höhentraining. Also wenn ich auf 5.000, 6.000 Meter hoch steige. Natürlich sehr schnell. Und das produziert, das ist salopp gesagt, es entstehen neue Mitochondrien in den Zellen, in allen Zellen, eben auch in der Nebenniere. Und wenn neue Mitochondrien da sind, kommt die Energie zurück. Also IHHT bei Burnout extrem wichtig, wertvoll. Funktioniert. Ich habe viele Beispiele gehabt, wo es den Leuten nach 15, 20 Sitzungen wieder gut ging. Wir können das ja drei, viermal in der Woche durchführen. Also es braucht nicht Monate. Wirklich, ich habe früher nicht so hohe Erfolge gehabt ohne IHHT als jetzt mit. Aber das IHHT alleine genügt nicht. Diese Zellen brauchen auch Futter. Die wollen genährt sein. Die brauchen die Mikronährstoffe, dass die Energie wieder produziert wird. Der Stoffwechsel ist mega kompliziert. Tausende von biochemischen Reaktionen. Wir brauchen, damit ein Enzym wirken kann, braucht es ein Koenzym. Und das sind häufig die Spurenelemente und die Mineralien. Magnesium ist ein Koenzym bei etwa 800 verschiedenen biochemischen Reaktionen. Wenn das fehlt, wie soll der Körper Energie bilden? Das ist nur ein Beispiel. Das gilt auch dann für Selen, für Zink, für Mangan, für Chrom, für Endlos. Ich brauche die ganze Palette der Mikronährstoffe und dieses Sauerstofftraining. Das ist der Schlüssel bei uns. Oder ist das die Behandlung von Burnout? Aber eine Ruhezeit, das gehört dazu. Also ich kann nicht diese Leute, die kommen erschöpft und jetzt machen eine Behandlung und du gehst morgen wieder arbeiten. So funktioniert das nicht. Also es braucht manchmal mehrere Wochen, auch mit voller Behandlung, bis die Leute wieder bei Kräften sind. Ist es dann auch so ein bisschen ein Zulassen, dass man einfach mal müde sein darf, dass man einfach mal schlafen darf? Das ist ja oft auch das Problem, glaube ich, bei vielen, dass sie diese Ruhephase dann wirklich nicht annehmen können. Ja, es gibt Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal eine Stunde nichts tun. Macht es dann vielleicht mal Sinn, hinter das Thema zu schauen, wo kommt denn wirklich dieser innere Antrieb her, der einen über seine Grenzen gehen lässt? So gerade in Form von einem Coaching oder so? Ja, genau. Also ich empfehle eigentlich einen Arbeitscoach für Burnout-Patienten. Meine Beobachtung ist, diese Leute haben zwei Eigenschaften, die sie korrigieren müssen. Das eine ist, sie können nicht Nein sagen. Das muss man lernen im Leben. Man darf Nein sagen. Also diese Leute, das merken dann die Mitarbeiter, und der sagt, ja, mach das noch für mich. Du hast ja eine schöne Zeit heute Abend. Ja. Und der sagt nicht Nein. Und das andere, man nimmt es zu genau. Ich nenne das, ist das ein deutsches Wort, pingelig. Ja, pingelig haben wir auch. Alles detailgetreu, brauchen sehr viel Zeit, um es exakt bis zum Komma richtig zu machen. Das ist nicht nötig. Also 99 Prozent genügt. Man muss nicht überall 100 Prozent korrekt sein. Also diese beiden Eigenschaften sollten korrigiert werden, und da braucht es einen Arbeitspsychologen. gerade auch das Thema Burnout-Depressionen hängt ja auch mit Entzündungen gern mal zusammen, oder? Ja, weisst du, diese Silent Inflammation, diese Entzündungen in unserem Körper, die kommen natürlich bei allen Menschen vor, und auch bei vielen Krankheiten. Das ist nicht spezifisch für Burnout. Aber es spielt mit eine Rolle. Und deswegen habe ich gesagt, diese Mikronährstoffe, die Vielfalt aller gesunden Stoffe, die gehört dazu. Das dämpft die Entzündung, und es erneuert die Energie. Also wir brauchen eine gesunde Ernährung, wir brauchen Erholung. Wenn es nicht anders geht, empfehle ich auch einen Aufenthalt in einer Burnout-Klinik für ein paar Wochen. Aber meistens geht es ohne. Man kann auch zu Hause wieder gesund werden, aber es ist schon, es braucht viel Disziplin. Weil man darf nicht nichts tun. Ja. Die Gefahr bei einer Klinik ist natürlich, du bist dort in einem geschützten Raum, du kriegst deine Anwendungen, kommst ja dann wieder zurück ins gleiche Umfeld, wo das ganze Thema aufgebaut wird. Ja, aber deswegen nicht den Psychologen, weil, ja verstehst du, wenn du Manager bist in einer großen Firma, und jetzt muss man etwas ändern, das ist fast unmöglich. Eine große Firma sagt ja, wenn du nicht mehr magst, dann geh. Also es ist sehr, sehr schwierig. Also viele Leute sind wirklich in einer Zwangsjacke und da kann ich auch nicht, da habe ich keine Lösung. Die brauchen ja einen Lohn. Also wenn es geht. Ich hatte schon selbstständige Geschäftsleute, wo man wirklich gesagt hat, okay, ich reduziere auf 80 Prozent, ich komme am Freitag nicht mehr. Oder man schaut, dass dann jemand anders dann den Chef vertritt oder wo immer. Aber wenn das gelingt, dann hat man eine gute Chance, dass die Leute nachher gesund werden, gesund bleiben. Aber es braucht irgendwo eine Reduktion des Stresses und es braucht eben eine Lösung bei den zwischenmenschlichen Konflikten. Aber, ja, schnell gesagt und schwer getan. Ja, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, man guckt dann auf der psychologischen Ebene seinen Teil an, vielleicht dann auch nochmal innere Antreiber nochmal analysieren. Und man braucht aber dennoch, auch wenn man diese innere Arbeit macht, ein funktionierendes Körpersystem. Also ich bin ja auch immer ein Fan von diesem wirklich in die Tiefe schauen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass der Körper eine gute Verfassung, eine gute Struktur hat. Was gibst du da so den Burnout-Patienten so mit als Tippsalltag? Was können sie da wirklich auch Nährstoffe oder vielleicht Rituale? Ja, also ganz generell. Es braucht gesunde Ernährung, Mikronährstoffe. Wenn die fehlen in der Nahrung, dann muss man sie zuführen in Form von Produkten. Mein Lieblingsprodukt ist Vitality Shot. Es braucht Omega-3-Fettsäuren für das Gehirn. Wir brauchen genug Vitamin D. Wir brauchen was immer. Das Gehirn kann auch mit Q10 gut arbeiten. Also Koenzym Q10 ist ein Energieträger oder eine Vorstufe, das Energie bildet im Gehirn. Gehirn und Herz brauchen sehr viel Q10. NADH ist ein Stoff, den man geben kann. Beides zusammen, NADH und Q10, sind direkte Vorstufen vom Körperenergie-Molekül. ATP heisst das. Also da kann man schon sehr nachhelfen. Ein bisschen Hormone anschauen. Bei solchen Patienten braucht es große Abklärungen, breite Abklärungen, wo sind die Mängel und entsprechend dann reagieren. Aber Ernährung, Versorgung mit Mikronährstoffen und dann genügend Schlaf. Wir schlafen zu wenig. Das ist so. Ich merke es an mir. Ich brauche acht Stunden Schlaf. Wenn ich die nicht habe, bin ich am Morgen nicht ganz fit. Und viele Manager denken, ja, fünf Stunden, das tut es auch. Und zwölf ins Bett, um sechs wieder ins Büro. Das kann man nicht langfristig machen. Also Ernährung, Schlafen, Sport, Bewegen, Sauerstoff. Aber nicht wie ein Wilder, nicht Marathon am Sonntag, sondern locker. Ich gehe oft wandern. Für mich ist Wandern eine unglaubliche Erholung. Oder bei schönem Wetter Velo fahren. Das kann jeder. Das gibt ja auch die ganzen Studien aus China mit den Waldbaden und die ganzen Teamartigen, was da alles auch auf Photon-Ebene stattfindet. Ja, im Wald haben wir Sauerstoff. Und es ist wirklich eine Erfrischung des Körpers, wenn ich ein bisschen im Wald herumrinne. Aber es braucht Zeit und die muss man sich nehmen, weil das ist Ruhezeit. Also wirklich sieben Tage Stress, das hält kein Mensch länger aus. Und das haben heute viele. Aber das ist Eigenverantwortung. Ich muss immer appellieren an die Eigenverantwortung. Der Arzt kann nicht Menschen gesund machen. Ich bin nur ein Ratgeber. Umsetzen muss es der Betroffene. Oder ich bin ein Wegweiser, aber wandern muss der Betroffene. Es gibt ja auch diesen Eustress. Das ist ja auch tückisch. Dir macht es Freude. Du bist völlig motiviert und gehst auf in deinem Beruf. Aber immer unter Strom natürlich. Das macht auch sicherlich was mit den Nebennieren. Was man aber in dem Moment vielleicht gar nicht so merkt. Ja, richtig. Also es gibt Fälle, wo man unter Dauerstrom, ohne äussere Konflikte, auch in ein Burnout gerät. Aber es ist eher selten in meiner Erfahrung. Meine Patienten, die haben Probleme, meistens Eheprobleme. Logisch, wenn der Mann nie nach Hause kommt, hat er irgendeinen Eheproblem. Oder wenn er zu viel zu Hause ist. Kann er aufreiten. Wenn er dann im Burnout sitzt, dann ist er zu viel zu Hause. Aber du hast recht, dieser Eustress. Aber das habe ich auch. Ich arbeite so zehn bis elf Stunden. Ich bin 73. Und mir macht das nichts aus. Das ist pure Freude. Aber es gibt schon Momente, wo ich auch denke, meine Güte, was mache ich da? Also es gibt ja keine Arbeit, wo nur alles Freude ist. Es hat überall Konflikte und da mal ein Problem. Und das muss man halt dann auch lösen. Aber ich nehme mir dann am Abend Zeit, ich nehme am Wochenende Zeit. Ich habe genug Erholung. Und deswegen passiert mir nichts. Das kann ich nur allen empfehlen. Ja, und eine gute Nährstoffversorgung. Und du isst Salat, obwohl du Nudeln liebst. Zum Abschluss, wenn jetzt wirklich, ja, dass man sagt, gibt es vielleicht mal so eine Status-B-Erhebung, dass man sagt, komm, ich mache mal eine Analyse, schaue mal so ein paar Sachen nach. Ja, man kann das Cortisol-Tagelsprofil durchführen. Das kann man im Speichel messen. Man misst drei oder vier Mal im Tag Cortisol. Die Kurve ist eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen. Am Morgen ist der Cortisol-Spiegel sehr hoch. Und dann im Laufe des Tages geht es runter. Nach dem Mittag gibt es nochmal so einen kleinen Hügel. Und dann geht es runter. Bis gegen Null, oder? Weil das Cortisol muss, wenn ich einschlafen will, muss das Cortisol praktisch nahe bei Null sein. Wenn das Cortisol am Abend noch sehr hoch ist, dann kann ich nicht schlafen. Und so kann ich sehen, wenn ich drei, vier Messungen im Tag habe und alle sind zu hoch, dann habe ich bewiesen, der Mensch ist gestresst. Ja. Und im Burnout sind alle Messungen dann zu tief, weil die Nebenniere erschöpft ist. Also ein Cortisol-Tagelsprofil, das ist für mich labermäßig das Einfachste und Aussagekräftigste. Super. Ja, echt. Ja, wahrscheinlich der sinnvollste Weg, einfach präventiv da schon mal vorzusorgen. Ja. Und, klar, Bewegung, gesunde Ernährung haben wir jetzt schon gehört. Ja. Ja, vielen Dank, Heid, dass du heute da warst. Gerne. Gibt es noch ein wichtiges, irgendwas zu sagen, wo du sagst, hier, für die Zuschauer, auf dem Weg? Nein, nochmals, ja, was du gesagt hast. Ernährung, Ruhe, Bewegung. Ja, schön, danke und ja, dir weiterhin noch viel Erfolg und bis bald. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ja, Thema Burnout und Depressionen ist natürlich auch immer ein Dauerbrenner-Thema. Umso besser ist es, dass wir achtmal mit uns umgehen und ja, den ein oder anderen Tipp integrieren in den Alltag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit, bis bald und tschüss. Ich bedanke mich zur EU-ANB-RN-S我也 überzeugt, dass wir heut nicht neue Tools ansehen, bis bald umgehen und die людям zerningenصen. Vielen Dank.